Bampampampampampampampampampan Jetzt geht's auf Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wallheim Immer als Sieg vom Gerwulf Wokkelkerne haben wir ins KnurLeuch Was setzten wir hier, was breiten wir hier? Flwd vraiment Und Eisenwaffen herstellen Und Rüstungen Und das ganze Gedöns und ja jetzt so nicht so viel weil ich bin immer aufnahmefähig das warst du genau 25 edelholz jemand anderes benutzt er hat und wenn wir es da edelholz wenn wir überhaupt noch was haben das ist edelholz 20 stück in der vordersten kisten was in der falschen kisten schaut ja wenn du mal so treiben wirst kann man sich da konzentrieren und gemütlich schauen schau dass fertig wirst los der zeit und schau dass fertig wirst genau erzählt nicht lang schau dass fertig wirst kupfer ja kupfer ist unser manko warum haben wir schon genügend fehlende voraussetzung kupfer oder war es so wenig kupfer das ist zu wenig kupfer müssen wir noch kupfer machen na kupfer abbauen wir haben noch kupfer eisenschrott eisenschrott ja kupfer abbauen natürlich da nirgends da muss ich wieder reisen aber du kommst mit kupfer nicht zurück deswegen schwel mich da jetzt auf die andere insel weil da ist zwar kupfer vollkommen markiert die markierung sehe ich nicht weil wir noch keinen kartenaustausch gemacht haben ja das kann sein das kann sein natürlich haben wir keine ess mitnummern weil der robert ist heute echt super vollbereitet wie immer das geht schon ja jetzt was du da oben seh schmeiß mir deine stornl das finde ich aber uncool der stornl schmeißer kupfer 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 noch mehr kupfer aber es gibt eh bloß nur eins pro stück das finde ich auch lächerlich wo ist denn das andere kupfer ob wir schnell abhängen direkt neben mir also da wo ich stehe noch ein bisschen weiter Richtung händler quasi das ist genau neben mir nur ein bisschen weiter weg Richtung händler ja mann du nervst mich los mich jetzt in fried warum der mir aber auch gerade in den nachtaubbau da müssen wir ja schlafen ich weiß nicht warum wir in den nachtaubbauen weil eigentlich immer nacht ist in dem spiel ja da noch ein bisschen weiter quasi ist das nächste ich glaube da auf dem google jungen nicht mehr für uns ja ja aber nix durch da kommt was anderes ah da kriege ich nicht die krieger sind da ich komme halt du mit deinen scheiß politischen anspielungen dabei ich hasse politik ich hasse politik Entschuldigung und mit dem die kupfer ist ja doch ein schwermetall und das tut der natur nicht gut mir helfen mir da noch dazu und die greifen uns aber ja hinter dir die Mistviechere erländigen ich kann die grotten neuerischte merkt man gar nicht ja ich habe sie einfach lieber wie mich verstehe er du bist ja viel netter ja genau ok das glaube ich ich glaube backwards sogar hat es gibt sie nicht rüst dann aus es ist der große der was man schon macht Dann schieße ich vorbei. Das ist prima. Warte, den hast du jetzt aber gut getroffen. Ich will blocken, ich werde spät. Ich kriege eine Fresse. Ich bin ein Spätblocker. Ein Adblocker, hm? Gehen wir jetzt endlich mal in Ruhe abbauen. Das ist bestimmt irgendwie so eine Dreckspahne. Ich glaube, ich bin schon voll. Stein raus. Stein raus, sage ich hinter dir. Blauauge. Gegrätsackerer mit, du mei. Nervt's. Ich bin schon wieder stark. Ich baue dich mit der Spitze ab, du Arsch. Mit der Wurscht. Ich baue dich mit der Spitze ab, du Arsch. Mit der Wurscht. Ich baue dich mit der Spitze ab. Jetzt bröselt. Leck mich am Arsch. Jetzt bin ich voll. Ich bin schon wieder wohin. Äh, nicht ohne Ausdauer schwimmen, gell? Äh, jetzt parier dich nicht. Kann ich überhaupt einen Bärzwerger parieren? Nein, so essen wir. Wenn ich stirb, dann mag ich Rage mit. Und der, äh, und der, äh, und der... Ich kann mir viel, wenn ich... Ich hinter dir abhole, wenn wir bloß mit dem Bersacker loswerden. So ist das nur für ein paar Pfadere, dass die so auf dich abgehen. Das... Gah! Ganz ruhig. Nein! Das hilft nicht, das... Das sind wir hier noch. Oh, du kannst ihn... So ruhig kann ich... So ruhig kann ich... So ruhig kann ich gelebt. Ohne... Ohne... Ohne Walheim. Ich hab keinen Puls gehabt und gar nichts. Kein Puls. Du bist quasi tot. Ja. So ruhig. Kann ich natürlich nicht reißen. Weil... Voller... Voller Eisen bin. Da kommt nur mal so ein Champion Richtung Hütte. Ich schwimm gerade um mich. Okay. So jetzt so lange mal in Ruhrlust. Muss man halt zum Essen holen. Da ist halt komplett vernachlässigt jetzt. Ich kann nicht anfangen zu frieren. Ich bin daheim. Oh, haben wir nichts Gutes mehr zum Essen. Mal wieder was machen. Was haben wir jetzt aber gemacht? Karottensuppe. Und das andere war Hirsch. Genau. Pilz und Karotten. 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 Keine Karotten. Pilz. Die haben doch zwei riesige Felder. Wachst doch nichts. Ja, aber... Aber in der Ding nichts. Weißt du... Das bringt mir ja nicht, wenn ich... Wenn nichts in der Ding ist. Wenn da nichts da ist. In der Ding. Ich glaub, ich hab's in der Ding. Jetzt kommt er doch nicht auf mit dir, Depp. Ja, jetzt hab ich wieder das Handy nicht auf lautlos gemacht. Die ganze Zeit rührt sie sich nicht. Und kaum sitzt man da vor und schreibt euch jeder. Da hat mir aber nichts gehört. Nicht? Für Sie, dass es nicht gehört. Das war mal gestern Fehler, dass ich meine private Nummer als Arbeitsnummer hätte gemacht. Jetzt hat man da überhaupt keinen Ruh mehr. Und ein paar normale Schwammel brauchen wir mal wieder. Haben wir auch nicht mehr viele. Was sind die? Und dann schaut. Wie viele Schwammel lassen sich zuziehen, aus der Erde. Mal. Ist gut. Ich war mal. Der geht raus. Der ist fertig. Der ist fertig. Er ist fertig. Gesund, gesund. Gesund, gesund. Gesund, gesund, gesund. Alles gesund. Er ist fertig. Du bist noch, oder? Eis, Ochst. Sehr Ochst. So. So. Er ist fertig. Und die hauen wir so hinterher. Nein. Die eine einzige. Und das andere war. Ich werde gleich schaukeln. Ich werde das auch nehmen. Hirscheintopf. Mitmischung, mitmischung. Oder was? Nein. War schon der Hirscheintopf. Gebrauchen. Äh, zwei Karoten. Die macht 23. Und die macht 25. Drei auf ihn. Doch, nein, Karoten. Super. Ja. Nichts viel. Los mal so. Ähm. Bin ich wieder hängen geblieben. Bin ich wieder hängen geblieben. Ich glaube, ich brauche wieder eine neue Tastatur. Die E-Tasten spinnen schon ein wenig. Da muss man schon ein wenig weiter drucken. Ja. Zu oft benutzt. Wolle einfach mal die aufgelaufen. Ja. Wo ist er denn dabei? Ha? Da. Nimm. Gern mal nicht. Ich möchte so gern da. So gern möchte ich dir mal. Ich wollte aber schwert. Jetzt hast du auch ganz viel besser. Und sie ist besser wie du auchst. Schlitzen 60. Oh ja. Ich trage aber gleich warm. Ich muss mit der Achse schnell ins Bett gehen. Achso. Okay. Okay. Ich habe ja gesagt, du saß mit den Sternen, wenn ich mein Zimmer sauge. Achso. Okay. Okay. Ich frage eh nicht, was du da bist. Das will keiner wissen. So. Aber jetzt. Du mögst ein Schwert? Nein. Ja. Später dann einmal. Jetzt noch nicht. Ich habe eh auch so weit. Jetzt schauen, ob es das Schwert bringt. Ich schau erst einmal den Kupf, weil du mögst ja das Ding noch unbedingt. Eisenschwert. Kupfer muss man mischen, gell? Das Schwert ist aber mir deutlich schlechter. Nein. Nein, muss man nicht. Echt? Ja. Schlitzen 55 bei einem Schaden von 14,30. Okay. Hast du Kupferscheig schmelzen? Nein. Weil der Hofer noch am Laufen ist und voll ist. Da müssen wir aber Kohle nachproduzieren. Also das alles läuft da. Ich tue ihn jetzt auf die Nummer. Eisen. Ich mache Eisen. Ich brauche keinen Eisen. Ich brauche einen Kupfer. Wo ist denn das? Kupfer-Erz. Halt das nicht schon ein? Oder hast du das schon? Nein, nein. Bisschen. Das ist so leicht grünlich. Ah, da. Ah, da. Ah, da. Hä? Was ist denn da drin? Achso, was anderes. Okay, dann liege ich es halt wieder rein. Dann muss erst durchlaufen. Es hilft nichts, sonst kriegen wir es nicht rein. Dann hast du mich aber jetzt einen Zauber verarscht. Nein, ich habe gesagt, die Laufen nur, ich kann es nicht rein tun. Aber, ja, weiß Gott, was Kupfer brauchen und den Kühl, das Kühlfass. Was? Ja, dann hätten wir unsere Waffen aufwerden können. 10 Kupfer, ja. Möge jetzt doch mal die Axt einmal probieren. Axt im Walde. Na ja. Na ja. Na ja. Nicht ganz so oft hier hau, gell. Ja. Und die ist noch Stufe 1. Das heißt, wir haben aber noch 3 Stufen zum Aufwerden. Hm. Und die ist noch Stufe 1. Da nimmt man den Zauber direkt aus dem Mai. Ja, das denk ich mir. Das denk ich mir. Das denk ich mir. Wollen wir mal wieder ein paar Pfeile herstellen. Vorher stellen Pfeile, ja. Ja. Der stort ja nicht. Da ist ja noch mal wegschlagen. Aber, äh, ich glaub, was das nächste Wichtige ist, war, glaub ich, eine Eisenspitz-Axt. Ja. Feuerstein haben wir da. Feuerstein haben wir wahrscheinlich in der anderen Base herstellen, gell. Ja, dann haben wir keinen Feuerstein da. Ah, mal wieder um mich. Ein hin und ein her. Und wieder weg durchs Portal. Wenigens gibt's doch Portale, wenn's schon keine Schnellreisen gibt. So wie bei Entschrouded. Oh, das ist wahr. Ist ja immer viel ohne Portale, du bist ja nur am Laufen. Nö. Also, das Entschrouded, das müssen wir uns einmal anfangen. Ich glaub, das ist nicht schlecht, wenn man so hört. Was? Ja. 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 Eine andere Werkbank. Was braucht man eigentlich in Nabotherapäis? Betten, gell. Abgetrennten Raum und Betten, gell. Ja. Ja. Abgetrennt, das weiß ich jetzt nicht. Aber... Können wir gehen. Ja. Ja. Wenn wir's auch voll gemütlich haben. Und was zum Essen kochen, meine ich. Na gut, da können wir ja umgehen. Das kochen hier drüben. Hauptsache, du rennst wieder ganz ins Wasser rein, gell? Also manche Spielmechanismen sind noch ein wenig komisch. Wenn man rein geht ins Wasser, kann man ruhig wieder die Waffen in den Tent nehmen, die man als letztes nicht reinkommen hat. Genau so geht, meinst du? Ja. Ja. So, jetzt hole ich wieder Pfeile. Auch mehr Kohle, du. Bauen. Da wird nichts produziert. Warum? Nächstes Mal das weggeschlagen. Die Kohle eingeschoben. Äh, hier. Es wird reino. Hier. Hm. Ich schau dir mal interessant aus. Ja. 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 Und. Ja. Ja. Zehnig braucht man dazu. Aber kannst du jetzt auch machen, weil ich baue jetzt da ja hinter. Was wollten wir wieder bauen? Ah, das war eine Erweiterung für den Schmiede, gell? Ja, da das Kühlfass. Kühlfass 10 und Edelholz. Edelkern normal. Kern. Geht noch ein wenig weiter weg. Das Edelholz zeigt schon. Ja. Ah, das ist ja gleich zum Handlungs. Oh, so die Kohl-Kohl-Münzen. Münzen glaube ich auch und könnte was zu essen wir tragen. Schau hin. Kann man uns gleich einen Döner kaufen. Ja, Döner macht schöner. Ich war letztens mit meinem Sohn im Mann beim Essen. Dann haben wir ein wenig geredet. Meine Last ist als Raucher. Dann hat er mich gefragt, Papa, wie viel rauchst du denn? Weil... Und er hat gesagt, ja... eine Scharschachtel. Eine Scharschachtel. Oh, weißt du schon, eine ganze Schachtel am Tag, das sind zwei Döner. Das heißt, ich tue... Ich tue in Schachten Zigarettenrauch rechnen und ich rechne den Döner. Ich habe ihn sofort geteilt. Ich hätte ihn sofort geteilt. Ich hätte ihn nicht gesagt, oh das sind zwei Karsten Oettinger. Lieblingsbeschäftigung, Hüppertur Baumeister Was ist denn so los? Der Bob Der Bilder Können wir da schaffen Jetzt kriege ich das Teil nicht weg Ich glaube ich kriege einen Affen So Aha, wir haben da einen Brocken Wie heißt das? Schwarzmetallschrott Okay Aber den kann man nicht in die Schmelze tun Wollen wir an den hier zaubern? Wahrscheinlich irgendwo aus dem Aus den Dungeons da Tränen Das kann auch gut sein Aus den Krypten Was mir ein wenig stört in dem Bau Wenn man hier bis hier sitzt Dass das so staun muss Das muss nicht sein Muss nicht sein Das ist nicht viel Fehlt die Voraussetzung Holz Hey, Holz füllen Was, da, ich hätte ne Holz Wo hast du ne Holz? Puffen Und ne Oh Öh Na, da kann ich nicht mehr Hm? Langsam aus hier Gehen wir wieder zu den Kisten Ganz langsam Und das, was ich in der Bitte? Eisenspitzhaken Hast du gesagt Gehen wir brauchen Hier Ich glaube das Spitzhaken Ich glaube das war es Das sind ja wieder 20 Eisen pro Stück Alter Das ist ja dein Zeug 20 Stück pro Ja Alter Schwede Das ist nur ein bisschen einschmolzen So, da kommt dann das Feuer wieder hin Oh, ich muss niesen Danke schön Und, ich brauche heute Das ist ja nicht Platz Eins, zwei, drei Eins Zwei 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 Sechs Drei Eins Zwei Zwei Drei Siehst du nicht Übertreibt er wieder? Wahrscheinlich Gerne Ja Es war noch ein Anbau Na dann ist er wird Puh Find ich voraussichtlich Holz Oh, ich habe Holz gefunden Ich zeige dir dann ekelhaft riechend Warum willst du das? Ich weiß nicht, ich habe Schlamm dabei Was du das Holz nicht tun? Da wird noch was in der Tasche Ah nein, ich habe es gerade ausgeräumt Ich nehme eine von den Kisten das Holz Hangen bauen Ja, das muss ich jetzt auch wieder aufbauen Sonst sind die Schmelzen leer Aber so an mir geben wir da jetzt nicht In der anderen Base Möchten wir dann einmal Wenn der Hans einmal wieder aufbaut In Aufnimmt Wie ist jetzt der nochmal? Deinen Steintisch Einen Steintisch Dann können wir den Steintisch mit Mit Stein bauen Steinwege Dann müssen wir den Steinmetz bauen Ja genau Ok, da werden die Teile vorbei bei mir Eisen-Schuppen-Rüstung Unsere Platte macht 8 Rüstungen Eisen macht 14 Rüstungen So Fast 100% mehr Rüstungen Wie das was wir jetzt auch haben Wow Aber nur fast Ja, aber fast ist auch viel Ja fast ist schon mehr Fast ist, fast ist da wieder Nein, ein Jagdbogen 1729 Und der Unser hat 1628 Der ist schon Stufe 4 Und der ist Stufe 1 Schon besser als unsere Stufe 4 Aber natürlich auch wieder 20 Eisenbahnen Ist ja klar Aber da kommen wir Da kommen wir glaube ich ganz oft Ich krieg das Perfekt zum Zertümmern von Schädeln Perfekt zum Zertümmern von Schädeln Die Freude eines jeden Kriegers 29 bis 50 Schaden Aber es ist wahrscheinlich eine Zweihandwaffe für den Streitoxt Hm Äh, da mal Eisernes Turmschild Erstmal was wir dich ja weggehen als wir die Tür Ok Fehlende Frautsetzung Holz Letzte Truhe Da ist noch 50 aufs Deck drin Und wenn ich so auf die Uhr schaue Ist es dann schon wieder soweit Ist es dann schon wieder soweit Ist es dann schon so spät Ist es dann schon so spät Wer Uhr gedreht Gern, wofür gleich eine schläft Oh ja Einfach Lang 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 was Lang was Lang was Lang was Die Ist dann zwei Füße für mich eine lange Zeit wo wir wo Thunder gespielt haben Aber lustig was Ja Ja Das auf jeden Fall Oh, kein erster Na dann Sag mal Tschüss, oder? Ja Und vielen Dank Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall